Musik Ich habe ein Album aufgenommen mit einem Menschen, der nicht mehr unter uns ist, unser Ibo und er ist seit 13 Jahren tot und das muss man erstmal voller Emotionen auf den Weg bringen, dass man ein Duettalbum aufnimmt mit einem Menschen, den man sehr gut kannte, mit dem man befreundet war und vor allen Dingen das Gefühl hat, wenn die Platte läuft, dass man das Gefühl hat, dass der neben einem steht und mitsingt. Das ist einmalig, hat es in der Schlagergeschichte noch nie gegeben und freue mich, dass ich da mal wieder Vorreiter bin. Und ich glaube, ich habe mir die passende Zeit ausgesucht, um so ein mördergeiles Album auf den Markt zu bringen, was auch komplett abgesegnet ist von Ibo's Familie. Das war mir ganz wichtig. Hätte einer gesagt nein, hätte ich es auch gelassen, weil halt viele Emotionen im Spiel sind. Ich bin froh, dass wir es so auf die Reise gebracht haben. Er tanzt mit da oben, das weiß ich. Ich habe einen Bungalow in Santa Mee gefroht, mit Palmenstand und Sonne vor der Tür. Da liege ich stundenlang und amüsiere mich dann. Die Frau von meinem Chef liegt neben mir. Ja, in meiner Arbeit, selber 30 Jahre DJ, habe natürlich Ibo live erlebt und Ibo selber aufgelegt. Das war schon sehr spannend, auf einmal diese Stimmen, die ja im Original auf irgendwelchen Bändern verbannt waren, zu digitalisieren und zu bearbeiten. Das war schon spannend, ja. Olaf kam irgendwann an und sagte, ich möchte eine Ibo-Nummer singen. Der war für mich immer mein Held irgendwie und ich will jetzt eine Ibo-Nummer singen. Da habe ich einfach gesagt, ein Olaf Henning covert nicht. Das Einzige, was für mich in Frage kommt, ist, du singst im Duett mit Ibo. Sitzt sie hinter den Bergen mit mehreren Zwergen, warm in Hand, Spieglein an der Wand. Wo ist das Land? Oh, wo ist das Land? Ich denke, Ibo hat ganz einfach verdient, dass Olaf ihn jetzt auf dem Zenit stellt, den Ibo leider nicht schaffen konnte, weil er zu viel verstorben ist. Wir waren früher miteinander befreundet, wir waren Kumpels und wie schon auf der Release-Party war es eigentlich eine große Geburtstagsparty und ein großes Geschenk an Ibo. Und ich denke, die Leute drüben und draußen sehen das genauso. Die Nummern sind schick und ganz modern gemacht. Und trotzdem ist der Charme der alten Nummern erhalten. Also ich kann nur sagen, 15 Hits auf einem Album. Nimm den ersten Flieger her, du hast Anschluss gleich bei mir. Seit Nächten schlaf ich nicht und weiß, ich will nur dich. Olaf hat einfach, der hat schon alleine die Ausstrahlung, der bringt das rüber. Man kann es nicht beschreiben, wenn man da vorsteht, man fiebert einfach mit. Ich fand das toll, dass er dabei erst ruhig war und ließ Ibo dann singen. Also ich fand es toll, als wenn Ibo live dabei gewesen wäre irgendwie. Ja, man schlägt halt wirklich in Erinnerung an früher. Wie es früher war und wie es jetzt ist. Früher hatte man noch keine Probleme, heute macht man sich den Kopf, man will wieder zurück. Ibo war schon ein super Künstler der 80er Jahre, glaube ich, oder der 90er so ungefähr. Und ja, jedem hat das gefallen. Und ich glaube, der Olaf, der hat das jetzt noch mal richtig raus. Super, leider geil. Ich habe ein ganzes Album auf meinem Handy, also bei Oberhausen-Olé, da hat er es vorgestellt. Also hammergeil. Die Lieder kommen an, die Leute haben Spaß, jeder kennt es, jeder singt es. Wir haben in einem Westen-Nest gestochen und das ist gut so. Es geht bei diesen Texten alleine auch nur um Beziehungen. Es gibt kein Problem, was besungen wird außerhalb, sondern es werden immer nur Beziehungen besungen, ob gut oder schlecht. Und darum geht es eigentlich. Das Schönste, was es gibt, ist, über die Liebe zu singen. Und damit identifiziert sich jeder auf der Welt.